Herzlich Willkommen meine Damen und Herren hier auf dem YouTube Channel Dax Siffler, ich bin der Siffler, aber das wisst ihr bereits und wenn nicht, dann müsst ihr definitiv auf das einschalten. Herzlich Willkommen zu diesem Off-Topic Freitag Video, ein Off-Topic, also ein Topic, eine Überschrift, ein Thema, das nichts mit einem Mass Metal zu tun hat. Und zwar geht es heute um die Auslosung der Madbox, die ich vor zwei Folgen quasi euch gesagt habe, schreibt unten in die Kommentare, habe ich Bock drauf, wenn euch gefällt was da drin ist. In dem Video übrigens habe ich gezeigt, was drin ist für all diejenigen, die das nicht wissen und es haben einige Kommentare drunter geschrieben und ich habe eure Namen hier in der Box, check in the box, in der Blue Mischbox und da werde ich jetzt quasi den Gewinner ziehen, dann kontaktiere ich den Gewinner oder du kontaktierst mich auf Facebook, Instagram oder wie auch immer und dann kriegst du diese Madbox zugeschickt vom Basti, vom Chef von Madhouse Production und ja, wer wird gewinnen und gewonnen hat, die Madbox, wo übrigens geiler Stuff drin ist, wie Merchandise, CDs oder DVD war sogar drin. Und gewonnen hat diese B-Box und das ist jetzt der YouTube-Name. Natur-Oase gewinnt die Madbox, die mich wieder scharf stellen, bin ich scharf, ja ich bin scharf. Okay, dann kontaktiere ich dich oder du mich und dann sehen wir, du gewinnst die Madbox, ich gebe das in Basti weiter und der Basti schickt dir das dann zu. Herzlichen Glückwunsch, danke für alle, die mitgemacht haben. Jetzt habe ich noch was zu sagen und zwar folgendes, solche Auslosungen gibt es zukünftig öfter. Ich habe mir jetzt ein paar Partner, könnte man sagen, an Land gezogen, wo ich Bock drauf habe, die schicken mir dann zu euch zu. Ich zeige euch, was es gibt, ihr könnt dann das gewinnen oder ihr sagt, ihr habt Bock drauf, ihr wollt das haben, vielleicht wollen das andere nicht haben, dann schicke ich es euch direkt. Ansonsten wird es eine Verlosung und da dürft ihr euch darauf freuen. Es wird immer wieder freitags mal so ein Video kommen, wo ich was zeige, was die so haben. Ich will ein bisschen Werbung machen, ich bekomme dafür kein Geld, das sage ich euch gleich. Es steht dann trotzdem ein Werbevideo drüber, weil das auf YouTube so sein muss mittlerweile und ich hoffe, ihr macht es fleißig mit, denn das ist ja auch ein bisschen was, was ich euch zurückgeben kann. Ich habe heute die Connections, dass ich sowas an Land ziehen kann und kann es euch dann weitergeben, weil manchen Stuff brauche ich einfach nicht. Das ist nicht für mich, das ist für euch. Ich will was zurückgeben, genauso wie auch Inner Mass Metal, wo ihr das Lied erraten könnt oder das geile Kommentar einfach prämiert wird. Ich will euch einfach was zurückgeben. Das ist, was ich hiermit tue. Die Naturoase kriegt die erste Madbox und freut euch drauf, was noch alles für Stuff kommt. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Vielleicht hat auch die ein oder andere Firma da draußen, die, wo ihr da jetzt gerade zuschaut, Bock drauf, was zu verlosen über mich. Dann mache ich das gern. Ich will dafür kein Geld nicht. Noch nicht, sage ich jetzt einfach mal. Ab 100.000 Abonnenten können wir drüber reden. Na schmarrn, wir kommen dann schon zusammen. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich euch was zurückgeben kann. Und ich mache ja gerne ein Video drüber. Und ich bin auch immer wieder gespannt, was für ein Stuff die manche Firmen, sage ich jetzt mal so, haben. Denn die nächste, auf das dürft ihr sich freuen, das nächste ist schon unterwegs. Das ist was, was mir sehr gefällt hat, von Anfang an schon. Und ja, vielleicht gewinnt ihr das dann, wenn ihr es braucht, je nachdem. Weil das ist ein spezieller Stuff, aber freut euch drauf. Ich würde das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war's. Naturoase, melde dich bei mir. Oder ich melde mich bei dir. Mal schauen, vielleicht finde ich die irgendwie. Am besten schreibst du mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und dann können wir zusammenkommen. Also, ich mit, also du mit der Box im Endeffekt. Das war's von mir. Pfiat euch. Schönes Wochenende noch. Pfiat euch.